Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14, in Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert, ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig, das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch, die Burschen schneidig, die Dirndl sitzsam und die Honoratioren ein bisschen vornehm und ein bisschen leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals, denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Ein neugieriges Publikum drängt in den Zuschauerraum, als würde ein Kapitalverbrecher verurteilt. Einstweilen geht es nur um ein paar zerbrochene Fensterscheiben. Ruhe im Zuschauerraum, bitte! Ich bin entsetzt, Angeklagter. Acht und dreißig Fenster haben Sie zertrümmert, die meisten haben Sie mit dem Stock... Ruhe! Die meisten haben Sie mit dem Stock eingeschlagen, aber durch etliche Kuchel- und Kammerfenster sollen sogar faustgroße Steine geflogen sein. Dadurch sind schlafende Menschen gefährdet worden, so auf den Höfen der beiden Nebenkläger, auf dem Hirnerhof und beim Pechelbauern. Jawohl! Direkt aufs Bett von meiner Bäuerin ist ein Stein geflogen, so groß wie ein Kindskopf. Hö, hö, legen Sie doch ein Geständnis ab, Angeklagter. Das Gericht hat heute nicht viel Zeit. Entschuldigen Sie, euer Gestringer, aber ich habe mit keinen Stein nicht geschmissen. Herr Gott, nochmal, ein einziges Mal nur möchte ich es erleben, dass ein Angeklagter den Nut hat zu sagen, hier stehe ich, Herr Richter, ich habe es getan, es tut mir leid und ich bitte um ein mildes Urteil. Aber nein, da muss erst die ganze endlose Zeugenliste aufgerufen werden. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ja, entschuldigen Sie schon, Herr Rott, aber die Fenster von meinen Häuserl sind ja auch da schlagen gewesen. Meinen Sie, ich bin als Täter so dumm und schlage mir meine eigenen Fensterscheiben. Oh nein, dumm sind Sie gar nicht. 38 Fenster zu reparieren, das lohnt sich schon. Da gehen die eigenen paar Scherben schon mit rein. Kalkuliert haben Sie ganz richtig. Sie haben dabei nur übersehen, dass man Sie bei dem Geschäft der Arbeitsbeschaffung erwischen könnte. Oha, wer hat mich da wisst. Sie, ich bin für euer ehrlicher Handwerksmann und in Kirch zählt seit 19 Jahren ansässig als Glasermeister. Ehrlich? Darf der Sie nennen? A Lump bist? Ja, aber ich hab mir mein Grit-Alweiß-Sauer verdirnen müssen, gell? Im Schweiß meines Angesichtes, jawohl. Indem die Zeller mir nie haben, extra viel verdirnen lassen. Und was er verdirnt hat, hat er einmal gleich versuchert. Keine Zwischenrufe, Herr Nebenkläger. Und Sie schneiden jetzt nicht lang rum, sondern sagen uns dafür, wie die 38 Fenster zerbrochen sind. Ja, na, es bricht ja sonst fast nix in den Kopf. Nicht einmal die Schulbüren werfen hier und da ein Fensterscheiben. Und außerdem bin ich Witwa und hab eine unschuldige Tochter zu ernähren, die Zilli. Ja, Herr Radon, da möchte ich schon unter den ich fragen, ob mich die Herren Ökonomen von Kirchzell anzeigen dürfen wegen der Fenster da oder ob sie nicht da gescheiter war, sie täten mir zuerst sein Glas und zahlen. Wer hat die Fenster zertrümmert? Ich nicht. Gut, dann fangen wir an. Wachtmeister, rufen Sie mir in Gottes Namen den Zeugen Neudecker Simon herein. Neudecker Simon? Jawohl. Aber das kann ich Ihnen sagen, Angeklagter. Billiger wäre es mit einem reumütigen Geständnis davon gekommen. Ja, aber ich hab die Fenster nicht bruchen, Herr Rad. Ganz im Gegenteil, ich hab's wieder ganz gemacht. Aber die Banditen da, die wollen mir die Arbeit nicht zahlen, weil die heutigen Glaspreise, wo mich selber die Tafel Glas bereits vier Mark kostet. Ich möcht mein Geld, Herr Rad. Herr Zeuge Neudecker Simon, Gastwirt von Kirchzell. Danke, setzen Sie sich, Angeklagter. Ist gut, wo ist das Gericht? Das ist gut, Herr Zeuge. Der Angeklagte hat am 9. Juli in ihrer Gaststube gezächt. Dabei soll es ziemlich spät geworden sein. Das ist leicht möglich, Herr Rad. War er betrunken? Das ist nochmal leicht möglich, Herr Rad. Und dann hat er in Ihrem Lokal bereits das Randalieren angefangen und hat mit einem Maßkrug ein Fenster reingeschlagen. Ja, ja. Möglich ist das schon. Ja, ja. Möglich ist das schon. Ja, möglich ist hierzulande alles. Gut, ich rekapituliere. Der Klauser war betrunken, hat über sein schlechtes Geschäft gejammert, hat dann mit dem Maßkrug ein Fenster zertrümmert. War's nicht so. Sie waren doch Augenzeuge. Sie haben sich doch in Ihrer Gaststube aufgehalten. Ja, ja. Das schon. Ich bin in der Sturm gesessen. Ja. Dann hat es auch vor mich geracht. Patsch! 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 Und die Scheum ist raus gewesen. Und dann hat es nochmal so unterstehen. Patsch! Und die zweite Scheum ist gebrochen. Ja, und nach einer Weile hat es nunmal geschebert. Brav. Und dabei haben Sie zugeschaut und haben nicht eingegriffen, nein? Ich hab Sie einem nicht verbieten können. So. Na, das ist ja ein gemütliches Wirtshaus. Na, Angeklagter wollen Sie immer noch leugnen. Stehen Sie auf. Die Geschichte geht mich nichts an, euer gestringen. Ich hab die Fenster nicht erschlagen. Ja, Himmel, Donnerwetter noch einmal. Der Zeuge kann vereidigt werden. Mit dem Leugnen kommen Sie mir nimmer durch jetzt. Entschuldigen Sie, Herr Richter. Ich hab nicht gesagt, dass er da unser Glasermeister meine Fenster gebrochen hat. Nein, nein, das hab ich nicht gesagt. Und da drauf leist ich auch keine Neude. Ja, wer denn sonst? Vor der Polizei haben Sie den Angeklagten als Täter geschildert. Ja, sind wir denn in einem Narrenhaus? Ja, da hat mich der Herr Gendarmerie-Kommandant falsch verstanden. Ich hab zu Protokoll gehen, dass es gut möglich sein kann, dass der Glaserpartl nicht ganz unschuldig ist. Ein Mehrer hab ich nicht gesagt. Wer hat denn dann die Fenster zertrümmert, ha? Das hab ich nicht gesehen. Es ist schon spät gewesen und ich hab ein Wendel eingeschlafen in mein Sessel drin. So, gut, dann nehmen Sie bitte Platz, schlaufen Sie weiter. Angenehme Ruhe von Ihnen hab ich genug. Schätzen! Wachmeister, rufen Sie mir den Dichster, die, die, die Zeugin Wallner herein. Zeugin Wallner, Papette. Jawohl. Herr Vorsitzender, eine Frage. Bitte. Es steht fest, dass die Fenster in der nehmlichen Nacht von 9. auf 10. Juli dieses Jahres zerstört worden sind, als in der Zechstube des Zeugen Neudecker die Scherben klirrten. Ja. Daraus folgt die Identität des Täters. Es ist jedoch unwahrscheinlich und widerspricht jeder Lebenserfahrung, dass der Zeuge durch den dreimaligen Radau und durch das Krachen der Scherben nicht aufgewacht wäre. Ich bestehe daher auf eine Vereidigung des Gastwirts. Ich hingegen schließe mich der Meinung des Herrn Vorsitzenden an. Inwiefern? Inwiefern? Ein Wirt hat einen tiefen Schlaf. Da hat es schon Schwerverletzte gegeben und der Wirt hat nichts gehört und nichts gesehen. Zeugin Wallner, Papette-Kellerin von Kirchzell. Ist recht, ja. Treten Sie näher, Frau Zeugin. Grüß Sie noch Gott, euer Gesträngel. Grüß Gott, Frau Wallner. Sie haben einen fraglichen Abend bedient, gell? Wie viele Gäste waren denn da überhaupt um Mitternacht noch in der Schankstube anwesend? Ja, der Wirt, der hat aber schon geschlafen. Und nachher ich, ich habe aber bereits die Bierglaseln gewaschen. Gäste, habe ich gefragt. Gäste? Ja. Nimm für ihr paar noch, gell? Der Glaserbädel, der hat aber schon mal zu raus gehabt. Ja, ruhig, weiter, wer noch? Ja, da muss ich jetzt direkt nachdenken. Ja, sind Sie gut, bitte. Ja, sein Freund, der Alois, der Todengraber. Ja, der war aber auch schon besufen. Ja, und, ähm, wissen Sie, es ist ja schon Polizeistand gewesen, gell? Wir wollten doch ins Bett gehen. Wer war noch anwesend? Sie verschweigen uns etwas? Ja, sonst, dass... Fräulein Wallner, jetzt reißt mir bald die Geduld, gell? Nennen Sie mir auf der Stelle den dritten Gast. Sie verschweigen uns etwas. Sie müssen uns hier die Wahrheit sagen. Ich sag ja eh alles. Kann mich zum Beispiel genau noch erinnern, was die Jahn geredet haben. So, was Sie geredet haben? Ja, ja, der Glaserbädel hat dem fremden Herrn vorgegeben, und dass halt sein Geschäft gar so schlecht geht, gell, und dass in ganz Kircherzeit kein Fenster mehr bricht. Direkt geweint hat er. So, so, so. Ja, und das hat dem fremden Herrn sehr leid getan. Den Namen des dritten Gastes möchte ich wissen, Fräulein Wallner. Ich darf doch den Namen nicht sagen. Warum? Und ich sag ihn auch nicht. Fräulein Wallner, decken Sie doch keinen Übeltäter. Hey, hey, Übeltäter ist das keiner. Bleibt noch hart, Papettl. Das ist nicht dein Schaden. Was erlauben Sie sich? Zeuge, nennen Sie uns den Namen des Täters. Er hat's nicht getan. Und die wollen ja nicht haben, dass er in so was nicht sagen wird, der Herr. Wer? Der Herr da. Gibt mir doch auch, wenn den ganzen Tal ein Trinkgeld. Wer, bitte? Na ja, der Herr, der Herr Ökonomierad. Jetzt wird's doch, der Herr Ökonomierad. Na ja, er hat halt auch schon ein bisschen eine angeheiterte Stimmung gehabt. Ja, dankeschön, das auch noch. Ja, das genügt mir. Oh, ich denke, wir vertagen die Sitzung. Der Herr Ökonomierad ist ja als Zeuge nicht geladen. Aber der Herr Ökonomierad kann doch geholt werden. Sind keine 20 Schritte über die Straße. Jawohl, holzl. Keine Zwischenrufe, sonst lasse ich den Saal räumen. Für den Fall der raschen Herbeiholung des Zeugen Fäustels bitte ich auch für die Fortsetzung der Verhandlung, zumal die Täterschaft Fäustels noch nicht erwiesen ist. Nein, nein, ja, keineswegs. Ich meine, wenn Sie meinen, Sie meinen auch, Herr Justus? Ja, ich meine. Ja, dann meinetwegen, Herr Wachtmeister, bitten Sie den Herrn Ökonomierad, er möchte sich bitte sofort hierher, bequemen zweck seiner Aussage. Gerne, Herr Rott, das werden wir gleich haben. Heute einen Augenblick, noch in der Zwischenzeit, könnten wir ja den Zeugen Wastelhuber vernehmen. Schicken Sie uns den Totengräber herein. Jawohl. Ich habe noch eine Frage an den Zeugen. Bitte sehr. Frau Zeugin. Halt, da fällt mir jetzt noch was ein. Ich darf doch nichts verschweigen. Nein. Es ist noch ein Gast da gewesen. Ja, da, schau her. Wie das hört ich? Ich, ich, Entschuldige, Herr Schausamer. Ein vierter Gast, fein. Und das sagen Sie uns erst jetzt. Na, an den habe ich nicht mehr gedacht, gell. Der Schurl, der Kutsche vom Herrn Ökonomierad. Weiß nicht, der kann was vertragen. Ja, war reing. Da war noch der Lüchter, der von allen Vieren. Der Zeuge Wastelhuber, all das Totengräber von Kirchzell. Gleich komme ich mit dem Ökonomierad. Ist gut, ja. Habe ich die Ehre, Herr Rath? Was Gott, Wastelhuber. Nehmen Sie Platz, Frau in Babel, bitte. Herr Zeuge, Sie sind ein Freund des Angeklagten, dem Gericht auch nicht mehr ganz unbekannt. Jetzt schildern Sie uns einmal diesen gemütlichen Umtrunk vom 9. Juli. Mein, das war ein schöner Tag. Ich habe schon 14 Tage keinen Tropfen Bier mehr geklug gehabt. Auf einmal, der klopft zu meiner bescheidenen Hütte. Und wer steht draußen? Er da. Unser Herr Gastwirt in eigener Person. Ich habe schon gemeint, er möchte Geld von mir. Dabei sagt er, Alice, fürchte dich nichts. Ich mache dir eine Mordsfreit. Der Brei ist gekommen zum Kundensaufen. Was, wie heißt das? Zum Kundschaft trinken. Kundschaft trinken? Ja, und da braucht er noch ein paar fröhliche Mietzechen. Das macht er nämlich alle Jahre, der Brei, ja. Und unser Menschenfreund, der Herr Neudecker, der denkt da jedes Mal an mich und an meinen Freund, ein Glaserbärdl. Weil das ist auch eine geeignete Person für eine Zecherei mit dem Herrn Ökonomierer. Fassen Sie sich ein bisschen kürzer, Herr Zeuge. Schildern Sie uns den nächtlichen Radau und wie Sie zusammen mit dem Angeklagten die 38 Fenster zertrimmert haben. Ich? Fenster? Ich und der Bartl? Wir sollen das gemacht haben? Natürlich haben Sie es getan. Verzichten Sie doch ausnahmsweise einmal aufs Lügen. Hast du dies gesagt? Nein, Alice, ich habe kein Wort nicht gesagt. Ja, Himmel, Donnerwetter noch einmal. Wie haben wir es denn? Herr Zeuge, es ist nicht gestattet, mit dem Angeklagten zu reden. Ja, entschuldigen Sie schon, Herr Rat. Aber das hätte sowieso nicht geklappt, dass er sowas erzählt, was doch gar nicht wahr ist. Wer hat denn dann die Fenster zertrümmert? Der Herr Ökonomierat vielleicht? Ja, das habe ich nicht behauptet. Das haben Sie gesagt. Jetzt? Schnitti? Natürlich wagen Sie es nicht, den Herrn Brauerei-Besitzer und königlich-bayerischen Ökonomierat Josef Fäustel direkt einer strafbaren Handlung zu bezichtigen. Aber durch Ihr hartnäckiges Leugnen verdächtigen Sie ihn. Also, wer war's? Ja, wenn Sie mich direkt fragen... Ich frage Sie direkt. Also gut, ich sage die Wahrheit. Und ohne Rücksicht auf den Herrn Ökonomierat. Das ist verständlich. Ohne jede Rücksicht vor dem Gericht sind alle Menschen gleich. Vielleicht auch der Herr Ökonomierat ist gleich der... Das heißt, ich meine das, nicht? Na, ist er gleich. Reden Sie offen, Herr Zeuge, und sagen Sie uns die Wahrheit. Er kann ja fürchterlich viel vertragen, der Herr Fäustel und der Ökonomierat. Aber auf einmal ist er halt doch schwach geworden auf die Füße und hat gefährlich gewackelt. Ja, und da ist es passiert, dass er nachher mit dem Ellenbogen... Woher bekommst du? Dankeschön. Zehn Minuten, das kann man noch leicht verantworten beim Gericht. Ja, der Ökonomierat, der kann ja nur auf der Jagd sein, nicht? Man macht ja doch keine Gewissens, bis Sie ein Wachmeister essen und treten Sie in Ruhe. Und ich mag heute nicht. Heute wird nichts gezeigt. Prost. Richtig, heute sind wir nicht in der Lage. Und ich habe Sie überredet und überredet. Da kann eine halbe Stunde leicht vergehen. Finger weg. Nein, heute wird nichts gezeigt. Ich habe eine Idee. Wir schicken einen Kutschen über einen Schuhrl. Richtig, einen Schuhrl. Ja. Bei dem beißt der Herr Rath die Zähne aus. Ja, zieh's gar Schreie an den Schuhrl. Den muss der Herr Wachmeister nüberführen als Zeuge aufs Gericht. Der soll ich selber nübergehen. Du führst ihn vor. Dir geht ja lieber mit. Der Wachmeister bleibt hoch. Er greift zu. Du bist im Dienst. Is und trink. Du musst mich überreden. Hoi, Herr Ökonomierat. Dienst ist Dienst. Prost. Wie es ist wahr, Herr Rath. Das eine Fenster hat er mit dem Ellerbogen nicht gestessen. Und dann sagt er, öha, sagt er. Und schon ist er mit dem Kopf in das andere Fenster nicht geflogen. Ja, wir haben ihm auch nicht helfen können, gell? Weil wir auch schon immer ganz fest waren auf die Füße. Naja, das ist alles. Und die Fensterscheiben, die 38 zertrümmerten Fensterscheiben im Dorf? Sagen Sie, sind Sie durch das ganze Dorf gewackelt? Ja, da lasst mein Gedächtnis aus. Ja, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß nicht einmal, wie ich heimgekommen bin. Ja, sowas gibt's. Verschwinden Sie. Aber schnell. Herr Staatsanwalt, lassen Sie es gut sein. Das ist doch aussichtlos, sowas. Herrschaft, Zeiten, wo bleibt denn der Herr Ökonomierat? Er zeige, ich schwör. Ruhe! Ja, was soll denn das bedeuten? Unter Tennisleuergestränge, ich hab die Vertretung vom Herrn Wachmeister übernommen. Aber Sie brauchen keine Angst, Herr Rat. Das mach ich gratis. Da verlang ich nichts. Wo bleibt der Herr Ökonomierat? Das ist ja nicht wahr. Unser Herr ist ja sozusagen verhindert, nicht wahr? Aber der Schuhl, der ist dabei gewesen damals in Kirchenzell. Der hat alles gesehen. Wo bleibt der Wachmeister? Mei, der bemüht sich ja so, damit er den Herrn zur Zeugung überreden kann, nicht wahr? Und bis das soweit ist, hat er mir den Schuhl rübergeschickt. Verschwinden Sie und sagen Sie Ihrem Herrn, er soll nur kommen. Wir wissen Bescheid. Jawohl, ich werde es ihm ausrichten. Hey, brrrr, du gehst. Schuhl, du musst ja da bleiben. Hä? Du wirst ja als Zeuge vernommen vom Gericht. Es tut nicht weh, brauchst du die Pfirschen. Herr Rat! Habe die Ehre! Der Schuhl, was weiß ich? Keine Unverschämtheit ist das. So Sie sind der Kutscher beim Fäustl. Sie waren damals dabei in Kirchenzell, wie Ihr Herr die Fenster eingeschmissen hat. Meine Rose, die sind die Bessern im ganzen Bezirk Geißbach. Schuhl, kommen Sie mal näher. Noch näher. Und jetzt sagen Sie mir, wer hat die Fenster eingeworfen? Der Ökonomierad oder die Zweizechkumpane? Ja, ich fuhre da zu gut, meine Rose, gell. Die kriegen all Tag zwei scharfe Habern und Heu was grad mögen. Schuhl, hey, sind Sie schwerhörig? Jawohl, manchmal kriegen Sie sogar ein Bier. Ja, einen ganzen Eimer voll. Da werden Sie lustig. Besonders der Wallach. Setzen Sie sich auf die Bank, Schuhl, es ist gut. Ja, und striegeln und putzen durchs Alltag, meine Rose. Setzen sollen Sie sich, hab ich gesagt. Alle Tag, weil ich lass mir da nix nachsagen, gell. Himmel, Donnerwetter noch einmal, Wachmeister! Ja, so dieser Trübenherrschaft, Donnerwetter noch einmal. Das muss er mir büßen, der noble Herr. Gerichtsschreiber, Sie holen mir sofort den Wachmeister her. Tod oder lebendig und auch den Josef Holster. Herr Vorsitzender, wie wär's mit einem Freispruch? Bis jetzt hat die Verhandlung ja gezeigt, dass mein Mandant nicht überführt werden kann. Ich bitte deshalb um einen Freispruch, mangels Beweises. Ja, das täte Ihnen zu passen. Nein, 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 wir verhandeln weiter. Jetzt geh ich der Sache auf den Grund. Angeklagter, kommen Sie noch mal her. Wir gehen nicht lieber, wir gehen nicht lieber, wir gehen nicht lieber aufs Krieg. So, ich bringe eine frohe Botschaft und ein frisches Bier. Prost, Herr Wachmeister. Prost. So, der Herr Ralf, will ich sagen, Sie möchten Ihre Bemühungen fleißig fortsetzen, gell? Er möchte den Herrn Ökonomierad heute noch sehen, und zwar auf der Stelle. Ja, und ich mag nicht, halber zwei Fischern. Na ja, der Herr Ralf wird auch mitgemacht. Draußen bleiben, wir wollen nicht gestört werden. Entschuldigen Sie bitte vielmals. Herr Ökonomierad, der Amtsgerichtsrat schickt mich. Er ist in einer fürchterlichen Stimmung. Schorsch, du musst gleich rüberkommen, sonst gibt es einen heilosen Skandal. Ja, aber Brian hat nicht lieber retten können. Siehst du, Herr Schreiber, soll es da kein Stürfkind sein. Das ist unmöglich, das ist der mögliche Ökonomierad. Die Verhandlung geht weiter. Sie müssen bitte mitkommen. Ich, ich führe doch das Protokoll. Was ist das Herz an mir? Oh mein Gott, ich, ich verliere meine Stellung. Nies und trink, bist du eh zuhnt, ja. Ja, wer soll doch das ganze Gericht da rüberkommen, nicht wahr? Darin verhandeln Sie doch viel mündlich, oder? Nein, nein, ich darf nicht bleiben. Geh, Herr Häutl, was wollen Sie denn? Bleiben Sie da, setzen Sie da hin, werden Sie sehen, der Herr Rath kommt auch bald. Bleiben Sie sitzen, bin ja, ich auch da. Ja, ja. Und sogar im Dienst. Alle zwei sind wir im Dienst. Wir gehen ja nicht nieder, wir gehen ja nicht nieder, wir gehen ja nicht nieder, wir gehen ja nicht nieder. Ja, mehr können Sie von mir nicht erfahren, Herr Rath. Fragen Sie doch einen Schurl, der weiß alles. Und so dumm ist er ja nicht. Sie brauchen zu ihm nur sagen, er hat schöne Rose. Dann redet er wie ein normaler Mensch. Passen Sie mal auf. Geh, Schurl? Nein. Deine Rose sind die aller schönsten im ganzen Königreich Bayern. Na, nicht ganz. Der Herr Prinzregent, der hat noch ein paar, drei schönere. Ja, ja, ist ja gut. So, der Herr Schurl. Und jetzt erzählst den Herrn Rath alles, was du weißt. Geh? Na ja, ich war ja meistens bei meiner Rose, gell. Ja. Weil denne Wirtshausl, denne trau ich nicht recht, gell. Und wie wir dann aber endlich heimgefahren sind, dann hat der Herr alle Teumelang anhalten lassen, ist ausgestiegen und hat mit seinem Hacklstecker eine etliche Fensterscheime angeschlagen. Ah. Und der da und der andere, die haben ihm zugeholfen. Na ja, jetzt wissen wir es genau. Dankeschön, Schurl, gehen Sie ins Heim, Zürich, Ross. Geh, Schurl. Meine Herren, dürfte ich Sie einen Augenblick bieten. Der Tatbestand ist natürlich katastrophal, aber er war immerhin betrunken, also allzu viel kann nicht passieren. Ja, das wird Gegenstand der neuen Verhandlung sein. Aber was machen wir jetzt? Wir blamieren uns. Wir halten die Plädoyers und sprechen meinen Mandanten frei. Ich geh mit. Nein, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie sind Mitglieder des Gerichtes. Wie viel haben wir denn? Es ist jetzt gleich zwölf Uhr. Wir vertagen die Sitzung. Vielleicht fällt uns dann was ein, nicht? Der Zeuge Josef Fäusper, königlich bayerischer Ökonomierat und Brauerei-Besitzer da hier. Was? Habe ich die Ehre, Herr Rat? Sie haben mich rufen lassen. Da war ich. Entschuldigen Sie, dass es ein bisschen dauert hat. Reichlich lang hat das gedauert. Ja, noch wenn ich eine Ahnung gehabt hätte, dass Sie meine Aussage für den Fall da brauchen, hätte ich mich bereit gehalten. Sie wissen, worum es geht. Wir haben so eben erfahren, dass Sie in Kirchzell diese 38 Fenster, Kuchelstuben und Kammerfenster in einem sinnlos betrunkenen Zustand zertrümmert haben. Das ist eine entsetzlich peinliche Geschichte. Ja, dumme Geschichte. Darauf steht Hausfriedensbruch, Herr. Wie können wir die raten? Ich habe den Schan aber gleich wieder gut gemacht. Ich habe im Vorhinein alles gezahlt. Ja, ich habe den Glasermeister von Kirchzell gleich 100 Mark gegeben für den Spaß. So? Ja. Der Ökonomierrat, ich meine da täuschen sind. Nix, 100 Mark habe ich da gegeben, weil einem ein Leiter drei Stunden lang hat mir vorgejammert, dass nix bricht ins Zell und dass er verhungern und verdürsten muss. Und sein Freund, der Todengraber, hat auch gejammert, dass niemand stirbt. Aber ich habe nicht alle zwei helfen können. Ich kann mich da nicht beerdigen lassen, nur damit er ein Geschäft macht. Also habe ich ein Glas am Meisterkotter. Ja, sehr schön. Überhaupt nix bricht ins Zell oder stundenlang blähert. Keine Spiere, kein Fenster, nix. Und er muss ja glaub verhungern mit seiner unschuldigen Tochter Zilli etc. So was schlagt sich bei mir aufs Herz. Naja, und da habe ich dann gesagt, dem Mann kann geholfen werden, wir schlagen die Fenster ein im ganzen Dorf. Ist ja nicht zu fass. Ja, und dann haben wir es tatsächlich eingeschlagen. Ja, aber sehr diskret haben wir das gemacht, hohes Gericht. Es ist niemand aufgebracht. Ich schau mir eh. Aber ich kann das nicht hören, wenn ein Handwerksmann jammern muss und sich gar Bier kaufen kann. Das geht mir durch und durch. Besonders, wenn ich schon etliche Masse drunter habe. So, kriegen Sie da plötzlich soziale Anwandlungen? Sozial weniger. Ich bin bayerische Volkspartei. Da feiert sich nix. Aber wie sagt man denn da? Ja, ein bisserl Dings bin ich halt. Wissen Sie, ein bisserl Mäzenas. Ein Mäzenas? Warum nicht? Seine Königin Ohrheit, der Herr Prinzregent, ist auch ein Mäzenas. Und lass den Maler ein Geld verdienen. Leben und Leben lassen. Das ist mein Spruch. Kommen Sie, Herr Rath. Ja, mein. Gehen wir zu Mäzen? Na ja. Das Leben geht weiter. Ob Freispruch oder Zuchthaus. Auch in der guten alten Zeit. Und auf die Guillotine hat unser Amtsgerichtsrat eh niemanden geschickt. Zum Wohl mit Seenas. Die Gerichtskasse hat deine Buße sehr gut gekauft, sollst du leben. Na ja, wir haben sie auch. Eine Liebezeit, trotz all der Armut und der kleinen Vergnügen. Menschlich halt. Und darum kommt es immer wieder zu solchen Szenen. Im königlich-bayerischen Amtsgericht. Und darum kommt es immer wieder zu solchen Szenen. Und darum kommt es immer wieder zu Hause. Und darum kommt es immer wieder zu Hause. Und darum kommt es immer wieder zu Hause.